was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls22 im ls22 bildet nein im tf2 projekt zusammen mit dem lukas den sepp meyerhofer so scheiße sepp willst du den dx nehmen um den zu ziehen oder ist der torpedotoppa besser ich würde auch mit dem versuchen ich finde den irgendwie schön viel spaß ich wollte eigentlich ich hab dir hinten den großen angehängt wenn man dann falls man zu zweit abfahren ist schon richtig so ich wollte eigentlich pflegebereifung drauf machen gehen dafür mir war ein scheiße wenn wir jetzt gleich abfahren müssen auch mit keine pflege also das mit pflegebereifung noch nichts angesehen und wenn man noch keine felder ist das sollte eigentlich relativ fix gehen also ich habe mir ist noch eingefallen wir haben die zwei vorn klar da hinten stehen ja dann muss man mit dem händler noch reden dass er vielleicht den dass man den einen verkaufen weil das sind zwei unterschiedliche marken wir können ja bloß einen anhängen so moment hallo ja guten tag bernobrand vom lohnunternehmen und habe ich bin hier bei dem zuckerrühmfeld von dem herrn rotwild ja und bei mir steht die information dass sie abfahrer bereitstellen ja genau das ist so richtig ja ja ich habe gerade mit vorgewerden angefangen ja dann können sie sich so langsam ja zu mir begeben alles klar weiß ich bescheid dann werde ich jetzt gleich mit meinem kollegen kommen alles klar alles klar dank fürs bescheid geben bis gleich tschüss sepp gerade anruf bekommen wir können loslegen ja passt ja dann hänge ich nur schnell um und dann schießt mal runter ja oder beziehungsweise kannst du schon mal vorfahren wenn es magst ja ach an die zuschauer erstens kamera ist aus ich sitze hier oben ohne wir haben hier 35 grad und selbst im keller ist das arsch warm deswegen ist die kamera aus und zweite ding ist ihr habt euch gerne in die kommentare habe ich vermehrt gelesen ihr würdet euch ganz gerne einen einen fuhrpack wünschen der ein bisschen abwechslungsreicher ist das ist schon in planung freunde da war von weiter noch nichts okay ich hatte ich wollte auch ein bisschen mal ein new hallet nehmen und ein glas kaufen das ding ist das wollte ich erst im späteren verlauf des projekts machen aber gut der sepp hat das schon was ausgeleiert also muss ich mich selber ausgeleiert angeleiert da werden muss auch da mal überraschen lassen und ja dann ist da ja schon geklärt hat es worden ich wollte nämlich gerade sagen das kommt erst im späteren verlauf also das ist ja alles halt wie es kommt ja auch schon so der brand ist hallo brand sind sie das hallo die stimme kenne ich doch im telefon ja ich bin schon da wir sind hier fast nachbarn deswegen machen wir so schnell da also ja ja ich mache eben noch das vorgewände ja und auf der anderen seite auch noch eben und dann fange ich hier war ich die lange waren ja machen wir so eine kurze frage auf welche funk frequenz bist du dann würde ich da nämlich auch im funko da müssen wir nicht immer aussteigen zum quatschen ich bin auf der 3 auf der drei gut dann sage ich das gleich mal in meinen mann selbst so und dann sind wir im funk und können gemütlich weiter arbeiten und dabei quatschen ja alles klar alles klar gut dann ja warte ich mal das zeit verlieren genau so habe ich überhaupt schon die funk frequenz gesagt wir gehen in den funk 3 dann sind wir mit dem benno in einem punkt dann können wir zusammen ja wenn irgendwas ist mal quatschen so weißt du ja passt dass ich bescheid wird dann wechsle ich dann jetzt auch zum benne wenn du das hörst du mich ja klar deutlich wunderbar sieht ja schon ganz gut aus ob da guter trag unter benno ja so wie es bis jetzt aussieht kommt da schon gut was runter aber mein computer sagt wir schon 18.000 liter schön 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 er war noch eben eine runde vor gewände glaube ich oder zwei und dann macht er lange waren sagt er ja passt was man bescheid ist doch ein schöner anhänger schön ist gespannt ja ne bin ich auch wenn sie ist auch ein schönes gespannt das stimmt allerdings schauen bin ich gespannt ob das der trecker dann noch zieht wenn er voll ist aber das sehen wir dann habe ich mir auch gerade überlegt wenn der wohl voll ist ob der noch zieht rüben sind jetzt auch nicht ganz so leicht genau das stimmt ich mach mal am motor aus müssen wir kein sport hier verschwinden das stimmt der schon fast voll sein oder wenn wir schon zweimal herum ist oder so sagte gerade der 18.000 liter schon drin ich weiß nicht wie viel das ding fasst jetzt so sagen 25.000 liter glaube ich wird schon bescheid geben auch schon so geiles gerät oder abtanken ist war noch nicht ganz voll aber für noch eine bahn reicht es nicht wollen wir mal erst mal dein testen sepp dass wir vielleicht noch mal umsatteln können ja 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 können wir eigentlich ja auch mal den kleinen volk ja wo ob der das packt er dort er packt es ist schon voll maximal das ladungsgewicht erreicht eine voll oder da hinterher ist nicht ganz voll aber ich frage es einfach so einmal abtanken alles klar doch bescheid wenn er nicht zieht sagt ja dann hole ich ja dann hole ich einfach den anderen von oben oder dn ja gut zu kämpfen ja das stimmt wohl da war klappt es ja geht er zieht es erstaunlich gut okay gut 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 das ist das ist ein kleines power bundel ich habe hier die oma kennengelernt passt mal auf ich versuche uns mal was cooles zu besorgen ja guten tag der ist hier kurt kolbenleiten hallo hallo ich habe eine kleine frage sie haben doch gesagt sie machen so einen legendären kuchen irgendwas ja ich bin hier mit meinem mitarbeiter und ein formell um mit vom ein formell um am arbeiten und wollte fragen ob sie vielleicht zeit hätten natürlich bezahlt ob sie uns so einen kuchen hier zum mittag vielleicht runter bringen können das ist doch ein scherz oder nein sie haben so von ihnen kuchen so geredet ich wollte gerne mal probieren bezahle ich natürlich um gottes willen wenn sie zeit dafür haben wenn nicht dann eben nicht dann schicke ich vielleicht gleich mal einen losen die frage ist ja das muss ja nicht jetzt sein wir haben ja noch ein bisschen zeit ist ja erst mal 20 11 oder so äh wir sind auf feld 104 am arbeiten aber ich sehe gerade hier steht der paul bergmann vor mir ich merke mich gleich noch mal ja okay machen sie das bis später können sich ja mal überlegen ob sie was machen bis dahin tschüss tschüss hallo guten abend ach ja guten abend ich weiß nicht was ich heute mit guten abend ab guten abend herr guten tag herr kolmleiten ja moin was kann ich für sie tun na ich sollte hierher kommen mit meinen drehmaschern äh miedraschern ja irgendwelche felder abernten ja ähm das kommt noch ein zweiter dazu ja und dann habe ich noch ein feld für dich was du eventuell gegebenenfalls kaufen willst also die die frucht davon ok welches feld das ist warte mal das ist äh wenn du kiekst bei mir müsste das die äh 202 sein und die 200 und die 200 beides Bio-Mais ist Bio-Mais ja das war mal ein Versuch aber das ist äh das wird nicht mehr so den Ertrag haben wie ich ihn haben will was willst du denn für die 1000 Liter haben ja was hast du denn jetzt was bezahlst du denn jetzt bei ihm äh hier ist das äh wir machen so eine kleine Kooperation hier ist das alles ein bisschen anders ok ok aber nehmen wir den ja wir werden mal kicken wir werden ja mal nicht über den Tisch ziehen vielleicht doch na pass auf machen wir 350 die 1000 Liter ok ok machen wir gut alles klar dann schicke ich nämlich meine Mitarbeiterinnen mit dem zweiten Meter gleich da oben hin alles klar dann bunker die auf meine Hänger über und fahr dir die dann im Laufe des Tages dann runter ok machen wir so alles klar ja ok ja machen wir so alles klar danke Herr Bergmann nicht dafür kann auch mal nett sein ich bin auch gerade überrascht Chef ja ich glaube der Trecker ist doch ein bisschen zu klein wollen wir tauschen oder nimmst du den anderen dann ich nehme ich nehme den Tobias alles klar ich bin ja gerade mit 2 kmh den Berg hoch geeiert ok ja du hör mal die fangen glaube ich jetzt hier auch noch mit dem zweiten Feld an zu ernten ja ich glaube Mais dann würde ich jetzt rüber gehen zum Mais und du weiter hier bei den Rüben ja passt ich bekomme ja schön einmal den Roder weg eigentlich ok gut 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 ja dann fahr ich da mal rüber oh was ist das denn? wieder zu mir? ne ein Bergmann oder? moin Paul moin du ähm ich wollte ihm mitteilen 5 Fuhren habe ich bislang runtergebracht ich habe erst mal eine Unterbrechung gemacht ja als Chlor oh bis später bis später ach das war der Alex mein Bildet Partner so mal gucken ob der Opa das da noch hinkriegt oder oh wo angehängt hat haben der Verdruck hat es glaube ich geschafft wir sollten klatschen Gott zeigt heute haben wir nicht boah ist das so geiles warte mal warte 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 ja ja das ist es hier oder warte So einen Drescher will ich auch mal haben. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, so. Hier, Bio-Fuzzini. Ja? Komm mal hier zur Straße, mach die mal kurz dicht, ich muss ja einmal drauf. Ja, mach ich. Äh, wo soll ich denn dicht machen? Ja, ja, so ist schon gut. Okay. Da komm ich nicht ran, da kann ich machen, was ich will. Äh. Brauch, ey, nicht, dass ich den Zaun dann nachher umniete saß. Hier den Wein putze ich aber ganz am Wein, du. Ja, zwei Flaschen Wein trinken, dann gehen wir wieder gut. Oder ist der noch trauriger? Wird doch sein. Sag mal, kannst du mit dem Schneidwerk auch Sonnenblumen ernten? Ja klar, deswegen bin ich ja hier. Na gut, dann können wir nämlich auch direkt nachher das nächste Feld wegpumpen. Ja. Ähm, ja. Ach, scheiße, das geht ja bis da oben hin, ich dachte, dass wir nur das kleine Stück. Oh je, oh je. Hast du dich mal wieder übernommen, oder was? Äh, ich glaub schon. Ich wüsste nicht, dass das Feld zu groß ist. Oh. Alles gut, nix berührt. Äh, hätte sie bezahlt, meine arschteure Miedrascher hier. Ach nee, Quatsch, das ist ja Sonnenblumen da vorne. Das sind Sonnenblumen, ja. Ach, alles gut, passt. He. 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 Du hast das Rohr andersrum gemacht, Alter. Pff, eigentlich brauchst du nicht hinterher fahren, so wie das aussieht, komme ich einmal rum. Na dann, fahr dich oben auf dich. Sehr gut. In einem unbekannten Land. Gibt's ne Biene, ganz bekannt. Heißt du, er hat recht. Jetzt, der ist voll. Hau ihn. Oh, Sepp, ich mach frei. Ein Hund. Danke, Chef. Ja, der Torpedo zieht schon leichter. Ja. Ja, wenn der auch nichts will, tauschen wir nochmal. Na, der passt. Der passt, der zieht schon. Alles klar. Mach das. Ach, ja. Wie viel hast du denn, Bergmann? 23 Prozent. Ja, alles klar. Hammer. Das ist noch einmal gedüngt worden in den Feldern, ne? Ja, rundum Coat hier drin. Ja, moin. Ja, nur ganz leicht. Der ist mich fast in den Häcksler reingehäckselt. Da, 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 da. Döp, 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 döp. Wisst ihr, was hier drauf kommt auf die Felder? Ne, aber das wirst du mir bestimmt gleich sagen. Weinreben. Pff, ich hab bei mir oben nen Feld, da ist Hopfen drauf. Okay. Wär nicht schlecht für Bio-Bier. Ich verscheuere dir alles, kein Problem. Ja, der macht hier ne richtige Wein, äh, Dings auf und, ähm, ja, ein bisschen Wein davon verkaufen wir dann nachher bei uns im, äh, Hofladen und so. Okay. Äh, tun wir ein bisschen zusammen kooperieren. Ich helfe ihm ein bisschen, er hilft mir ein bisschen und, ja. Okay. Sag mal, kennst du die Oma hier aus der Stadt mit dem Kuchen? Ja, ja, diese, ich hab immer ein bisschen Angst vor dir. Warum? Äh, weil, du weißt, so alte Leute sind immer wie Hexen. Ja, gut, das wohl so. Vor allem so ne Umis. Ja, ja. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Boah, der Benno, der dreht hier seine Runden, das ist unfassbar. Wie im Akkord. Ich hatte letztens Heimweh. Du hattest Heimweh? Ja. Warum da? Neine Ahnung. Ich hab Köln vermisst. Boah. Wie in dem kleinen Bier oder was? Liebte doch nur kleine Bier, kann das sein? Ja. Und der schöne Kölsch, kannst trinken wie, ich weiß auch nicht, ne. Wenn du da besoffen bist, Alter, kannst du einen Kreuz im Kalender machen. Oh. Ein Stück zurück. Nick stehen lassen. Boah. Wer ist denn Julia G. Meiner? Das sind meine Angestellte. Ach so. Ich dachte schon, was geht dir hier an meinen, an meinen, an meinen, an meinen Mais? Ja, wir arbeiten effektiv. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie ich das aus der Ferne erkannt hab, wie die so heißt, ne? Mh, ja. Ich hab dein Namenschild gesehen. Ich hab ein Fernglas hier. Ich wollte grad sagen, bist du so ein Spanner? Ja, manchmal, wenn die Frauen am Strand liegen, bin ich dabei, ey. Ja, moin. Und du nicht? Äh, doch. Ich wurde bis jetzt nur einmal rausgeschmissen. Die Erfolgsquote ist groß. Wenn dich jemand fragt, du beobachtest seltene Vögel, glaubt dir jeder. Oh, dann spritzt man Vollatin hier. Und dann sind das hier jetzt noch die beiden Sonnenblumenpferder, kann das sein? Ja. Das ist ja gut, dass wir zu zweit hier sind. Oh, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn's euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Genau, für mich geht das gleich. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!